Einen wunderschönen guten Tag, lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Return to Monkey Island, die zehnte insgesamt schon. Und wir müssen immer noch die Mannschaft überzeugen, für unseren Plan zu stimmen, nach Monkey Island zu gehen. Zwei, beziehungsweise drei müssen wir überzeugen. Einmal die Kollegin hier, die Flair, die will ihr Wahlmesser von ihrer Grossmutter zurück. Das Problem ist, das hängt im Rücken von Gullet, der von LeChuck über Bord geworfen wurde. Dann Putra, aber die sagt einfach ja, wenn Flair ja sagt. Und Iron Rose, die nicht inspiriert ist. Ähm, ja. Ich guck mich einfach mal hier mal um, vielleicht ist ja hier irgendwas nützliches, I don't know. Guck mal, Hühnerfutter. Willst du, willst du das? Was sag ich mit dem Alter? Ich will meine Distanz. Mütter sind mehr witzig, um ihren Jungen zu retten. Mehr wichtig ist, dass der Kastung des Nachwuchs, das gleiche als die Nachwuchs, zumindest sie nicht wie live Kastungen. Ja, da hast du recht. Ähm. Soll ich das eigentlich wegputzen? Das ist ein revoltingly grössiges Portal. Kann ich da noch durch das Bullau, das kann man, die Möglichkeit gibt es immer noch. Durch das Bullau gefliegen. Gefliegen, fliehen, Entschuldigung. Und jetzt? Kann ich jetzt vielleicht in diese, oh, kann ich da hineinklettern? Nee. Das Muder ansehen. Da kann ich hin, Klapp? Guck mal. Verhöhnen wir ihn. Ähm. Ja, first rubby ist das jetzt. No, it's actually first swab now. What is? Me. But Chuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow. Ja, dann lass ich dich aber hier drin. Ähm. Ich bin der Einzige, der weiß, dass du hier unten bist. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? Well, I guess you've got me there. Ha. Hm. Kannst du dich befreien, wenn ich dich hier lasse? If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever. And smack you in the head with it, if you don't get me out of here right now. Yeah. Bisschen freundlicher, mein Lieber. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. Hm. War nett, mit dir zu reden. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, no, get me out of here for a penny sake. You, Baboon. I'll get you for this. Can I have a bit of... Guck mal, das Messer hier. That's Flare Gorys Grandmother's Whale Knife. It's a beauty. You, Clown. That's not going to do any good. It wasn't even bothering me. Ja, aber ich kann's brauchen, wenn's sie nicht stört. Tschüss. Das kam jetzt unerwartet, dass ich das rausgefunden hab. Aber okay. Okay. Äh. Kletten wir mal hoch. Und dann gehen wir zu Flare. Guck mal, Flare, was ich für dich habe. Ein Messer. Ich hab deinen Knife gefunden. Meine Großmutter Knife. Danke, Swabby. Ich hab keine Ahnung, wie du das auspustest, aber... Ich glaube, ein Deal ist ein Deal. Ich wähle für deinen stupiden Plan. Cool. Dann, äh, sagen wir das doch auch gleich, Putra. Ja. Okay. Ah, wahrscheinlich, ähm, sagt sie da einfach ja während der Abstimmung. Ähm, jetzt muss ich nur noch Iron Rose überzeugen. Ich glaube, du solltest, um zu Monkey Island gehen. Ich will nicht darüber sprechen. Sie muss inspiriert werden. Ich weiß nicht, wie denn. Die Karte. Nee. Sind Schlüssel von einem Museum? Nee. Monokel. Inspiriert die auch nicht. Geld? Überraschenderweise nicht. Vielleicht die Rüstung? Nee. Cracker, Fricks, Messer. Nee. Das Bild? Auch nicht. Das geht nicht. Die inspirierende Einführungsbroschüre. Inspiriert dich das? Er hat mir das in meiner Orientierung gegeben. It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Heh. Betray trust. Commit fraud. Threaten bodily harm. So unswerving. So unapologetically rootless. This really takes me back. Me too. Uh, back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. Nah, thanks. I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere. Even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear. That means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes. Even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone support now. Time to call for another vote. Ja, geil. Das ist ja super. Äh, dann, äh, klingel mal. Alle versammeln. Ja, super. Ah, die Karte, okay. Mary zu Captain Madison schicken. Ja, okay, das haben wir ja schon vorbereitet. Äh, der ist ja da drin. Ah, okay. Ja, was machen wir denn da? Gehen wir mal rein. Jetzt hat man die Klappe. Ähm, komm, wir reden. Ähm, sagen wir mal was über Guybrush. Guybrush, Streetwood is a fancy pants wearing third-rate sailor and a has-been pirate. He stole the woman I loved. And I will eat his heart at the gates of hell. Did you really love Elaine? Or was it more of a... My patience is wearing thin, Swabby. Now get out of here so I... Ach Gott. What do you... Voodoo-Zauber, sagen wir nochmal. Voodoo-Zauber, nothing to worry about. Then, now get... Gibt's hier was, was er sich mitnehmen kann, oder? Entschuldigung. Kann er auf die Karte gucken? Are you sure I can't just wash my hands? Touching that map is a shortcut to being in Kielhole. Okay. I'll just go now get up. Kann ich das hier haben? Keep your eyes off. Kann ich mit ihm irgendwas machen? Kann ich das Ding abnehmen? Ich weiß halt nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Gib mir mal einen Hinweis. Du musst einen Weg finden um Lechak. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Vielleicht kannst du Lechak irgendwie aus der Kabine locken. Das weiß ich, aber... Mit der Glocke auf dem Oberdeck kann man die Mannschaft rufen, aber es gibt eine Möglichkeit... Ah. Okay. Guck mal, da muss ich... wie sie zweimal läuten. Lechak schreit, heißt das. Ja, bla 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 bla. Geh mal in sein Zimmer. Also da wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen. Ähm, ja. Ja, aber... Ja, aber wo ist denn seine Karte? Das muss doch das Ding da sein, oder nicht? Ah. Das kann man tauschen. Ah, guck mal, ja. Die Karte zum Mobbaum. Ja, super. Super. Also, äh, Mary, du bist ja jetzt schon hier drin. Let's go. Abfahrt. Abfahrt. Tage vergehen, okay. 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 We're nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Toll. Extra-drug rations for everyone. Grock. Hey. All right. Ha, ha, ha. Oh, no. Reward. Oops. Oh, jetzt ist er kämpfen. Ähm. Du bist so rostig wie das Buttermesser, das du Schwert nennst. Du bist so rostig wie das Butterknife, das du ein Schwert nennst. Wir sind beide immer noch scharfer als du. Okay. Dexen, komm zurück. Warum nicht du wieder versuchen? Ähm. Du hast, äh, weder Fäbel noch Säbel. Oder du hast weder Klasse noch Asse. You're all flavor and no saber. Well, your flavor is, ähm, flavorless. Flast. Oh. Hey. Hey, cheating. I won that round. Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one. Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? So oder so werde ich mit dir den Boden wischen. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, swubby. Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Goodbye, Threepwood. Ja, das ist ja nicht so gut rausgekommen, ha? Teil 3, Rückkehr nach Monkey Island. Cool. Monkey Island, 6 Minuten Fußweg. Good thing, I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time, I heard you say 12. Which one is it? Well, my prime, I could do 10 minutes, no problem. Are you and your prime in this story? 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. Ich drücke jetzt, kann ich Pause drücken? So, ich denke, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.